so ohne größere pause machen wir jetzt mal weiter hier so da war natürlich die steinstufen wieder weg ich juckt es gerade ein bisschen am ohr hier das kommt durch die kopfhörer aber ja glaubt nicht wie eingestaubt mein ganzes equipment hier war weil ich schon so lange nicht mehr gemacht hatte hier außer bloß die paar event videos die ihr auf meinem kanal zufällig gesehen habe vom opel treffen und weiß ich mehr war da eigentlich nicht muss ich eigentlich noch zugeben mehr wurde auf diesem channel hier auch nicht gemacht wenn wir eh mal dabei sind na gut jetzt habe ich ja einen klitzekleinen fehler gemacht ich weiß ja nicht ob wir das hier auch mit einer treppe versehen wollen aber ich glaube schon dass es so besser aussieht ne ich denke es mir mal aber der weg der buch ist ja ungleichmäßig werden hier so wie ich das sehe jedenfalls wird es dann so ungefähr das endergebnis sein aber dann der komplette weg der komplette weg wird dann eines tages mal so sein ja ich glaube mal schon dass wir den treppen verlassen werden das sieht eigentlich ganz okay aus also müssten wir das dann ein bisschen so anpassen hier aber auch hier mit naja ja da war der stein natürlich weg das war jetzt nicht so brillant so das machen wir machen wir mal auf der seite mal ein bisschen weiter da muss ich jetzt ein bisschen nachjustieren hier damit wir den rand hier fertigen können jedenfalls wird es doch eine kleine längere arbeit werden ja es ist aber eigentlich nicht so schlimm weil irgendwie vor was kommen müssen wir irgendwann mal wieder auch wenn man schon nichts mehr hier gemacht haben ich habe alles liegen lassen hier ich habe auch alles vergessen gehabt ja also das heißt also ursprünglich wollte ich das spiel ja ganz und gar beenden überhaupt die ganzen des space beenden schon wegen dem thema artikel 13 und was ist alles war das thema geht immer noch auf und runter in den medien es ist einfach nur furchtbar es ist einfach nur furchtbar aber solange man auch aufnehmen kann beziehungsweise hochladen kann weil ich das hier auch weitermachen nur leider hat man sich halt mit anderen dingen beschäftigt es ist doch zum mäuse melken hier also wenn es zum dritten mal passiert bin ich wirklich doof ich mache es lieber so etappenweise ein bisschen weil so geht es nämlich genauer und vermeide dann damit dass die steinstufen übereinander liegen das wäre ganz praktisch so etwas klar haben wir uns die mal herunter und können dann hier natürlich weitermachen und müssen jetzt natürlich erst einmal ich habe den schaufel dran die ganze erde erst mal wegflacken sonst kommt man nämlich nicht weiter wenn ich einmal dabei bin kann ich auch hier voller kann mit weitermachen das so mit erde füllen hier irgendwie wenn ich die erde irgendwie kriegen könnte hier ist sie nämlich so zack und fertig ist aus die maus das geht auch weg leider gottes hier machen wir noch eine treppe hin und hier müssen wir auch noch anpassen auf der seite das bleibt nicht ganz aus das bleibt wirklich nicht ganz aus leute so jetzt mache ich erstmal bisschen anpassung bis davor und dann können wir hier nun mal weitermachen ich habe mir ja was großes vorgenommen hier ich bin begeistert wieder ein paar schneebälle oh wie schön dabei haben wir gar keinen winter wir haben jetzt schon wieder anfang sommer man höre und staune so hier oben müssen wir natürlich auch anpassen sonst kommen wir hier nicht weiter da kann ich die treppen wieder mitnehmen hier der anpassung zuliebe dann können wir das dann hier mit erde füllen so na gut das sieht man jetzt natürlich hier an der seite wenn dann hier mit dem stein gebaut wurde das ist dann natürlich nicht so schön dann optisch gesehen aber anders da geht es jetzt momentan nicht da habe ich wirklich das wasserstein dazu verschwendet aber vielleicht machen wir uns dann irgendwann noch ein paar anpassungs anpassungsarbeiten und dann läuft das denke ich schon muss ja irgendwie jedenfalls muss man auch gucken wenn man hier arbeitet dass man auch weiter unterhält ein bisschen ja ich versuche es auch die ganze zeit dass ich nicht allzu lange hier leise bin aber die konzentration an der darf es natürlich auch nicht fehlen aber ich will es erstmal so lange machen mit dem weg hier so weit wie es jetzt geht erst einmal dafür werde ich jetzt jede menge steinen jetzt hier damit verbauen sage ich jetzt mal ich wollte es gerade ein anderes wort nennen ich habe es gerade nach einem wort gesucht wie ich es nennen kann aber wenn man jetzt hier sich konzentriert sich darauf konzentriert was man macht und was man natürlich auch redet oder reden möchte oder sagen oder ansprechen möchte ja da kann schon mal passieren dass man da paar kleine denkzeiten hat was sagt man jetzt was tut man jetzt und alles auf einmal ja kann auch schon ziemlich anstrengend werden das wissen ja zum beispiel auch die wenigsten und wie ich gerade sehe haben wir hier noch zwei stück ich würde sagen wir haben mich gar nichts mehr aber haben wir noch ein bisschen was gut wir sind noch im zeitrahmen drin wir haben jetzt knapp sieben minuten jetzt schon wieder ich muss dann noch nach mein smartphone gucken das lädt nämlich auch noch auf das muss ich dann Ende dieser aufnahme dann nochmal machen nicht dass sich dann der akku überlebt so haben wir wieder mal einiges thema wechselt gehabt aber ja bleibt halt nicht ganz aus ich muss ab und zu mal ein bisschen meine stimme so ein bisschen schon weil ich ein bisschen angeschlagen bin heute das ist das wechselnde wetter das wechselnde wetter genau das wechselnde wetter ist es das nämlich erst war es warm dann war es wieder kalt es ist wieder ziemlich frischlich die tage waren es ja übelst warm bis über 30 grad wenn ich jetzt nicht falsch liege und jetzt ist es wieder kühl es hat geregnet es hat gedonnert und gewittert es ist jede menge flüssigkeit vom himmel nach unten gekommen und ja da kann schon mal passieren dass man sich da ein bisschen erkältet vielleicht das ist also ganz normal Hallo Hühnchen ich baue hier gerade also das weg für die Hühner werden würde so ich baue noch ein bisschen Erde und dann müsste ich ähm habe ich jetzt was falsches genommen ich kann es mir eher schlecht vorstellen dass wir diesen Winkel hier hinkriegen das ist auch nicht gerade so so jetzt müssen wir hier mit dem Stein ein bisschen weitermachen oh Gott ich muss die Zeit im Auge behalten nicht dass ich wieder verpenne das wäre doof aber wie gesagt wie ist das wechselnde wetter naja erst warm dann kalt dann wieder nass vor allem die so eine tropische Hitze ey ich bin letztens ins Auto eingestiegen und ich habe gekleppt am ganzen Körper ey weil ich so geschwitzt hab und das Auto auch innen drin ist so äh wie soll ich das sagen da war einfach eine übelste drückende Feuchtigkeit im Faschen drin genauso wie es in der Luft auch war so eine richtige tropische Hitze das ist so unangenehm fürchterlich jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verpeilt hier ja waren wir doch schon fertig ganz vergessen so es sieht schon mal ganz gut aus hier ich würde das jetzt einfach mal so fortfahren hier oder fortführen es sieht schon mal ganz nice aus und wie es weiter geht hallo Hühnchen wie geht es denn so und wie es weiter geht ähm werden wir jetzt gleich in den nächsten Folgen erfahren aber mittlerweile fange ich schon mal hier mit der Brücke an jetzt ab zur nächsten Folge